Das werde ich jetzt den Jungs sagen, damit sie sich auch beruhigen sollen, dass ich auf jeden Fall einen Aufleger am Wochenende auflege. Natürlich ist es schön zu wissen, dass so viele nach Berlin reisen, aber ich denke, ich bin ja schon ein bisschen hier und Auswärtsfahrten haben wir eigentlich immer sehr viel dabei gehabt, was immer schön war, aber ja, es wurde groß erwähnt, dass viele kommen. Das heißt, es wird volles Haus sein, gute Stimmung, auch viele Bremen-Fans und deswegen, ja, das sind so Spiele, die mir besonders Spaß machen, das stimmt. Klar ist zu wissen, dass wir einen Rückhalt haben, einen zwölften Mann, das wir immer haben und deswegen, wir haben auch anderthalb Jahre unter Corona-Bedingungen gespielt, da waren gar keine Fans da und da hatten wir auch das Ziel, die Spiele zu gewinnen, weil wenn du nicht gewinnst, dann sieht es schlecht aus und deswegen haben wir jetzt keine extra Verpflichtungen, sondern es ist schön, dass man weiß, da kommen so viele Leute nach Berlin, die Reise auf sich und natürlich möchte man, ja, dass sie dann auch Grund haben zum Feiern am Wochenende. Ja, es gibt immer neuen Schwung in der Mannschaft, ich glaube, das weiß jeder, der mal einen neuen Trainer hatte, es werden Karten neu gelegt, deswegen sind vielleicht Jungs, die vielleicht nicht so viel gespielt haben, sehen ihre Chancen oder Jungs, die trotzdem gespielt haben, möchten drin bleiben. Deswegen ist ein Trainerwechsel schon immer was, wo man halt, ja, dann vielleicht auch nicht weiß, was kommt. Klar, jetzt kommt Paul da, da hat man sicher viele Spiele auch von ihm schon gesehen, das heißt, man kann sich auch Videomaterial anschauen, wie er früher gespielt hat, trotzdem weiß man nicht, er hat sich ja auch damit beschäftigt, weiterentwickelt, vielleicht macht er auch was Sachen anders. Und zu Paul als Person, als Trainer, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, nur halt von den Spielen her, ich finde ihn als Typ her, ja, ein kleiner Fan von ihm bin ich schon, weil er einfach ehrlich ist und auf gut Deutsch sich nichts scheißt und deswegen werden wir auf jeden Fall auf eine Truppe treffen, die, ja, alles reinwerfen wird, so wie er halt auch als Spieler war. Ja, wenn du Spiele nicht gewinnst und andere gewinnen, dann rücken sie immer näher ran, das ist doch klar, aber ich habe ein anderes Ziel vor Augen, das sind, ich würde gerne 40 Punkte erreichen und da muss ich nicht nach unten schauen, ich schaue nur auf uns, schaue auf meine Mannschaft, vertraue meiner Mannschaft und das wäre ein schönes Ziel als Aufsteiger, die 40-Punkte-Marke zu erreichen, fände ich schon sehr, sehr gut und das ist, woran ich denke und jetzt haben wir noch sechs Spiele und haben 32 Punkte, war nicht der Beste in Mathe, aber das könnte noch klappen. Also wenn ich ehrlich bin, ist in der Kabine nicht wirklich so Thema mit Tabelle, was hinter uns, was vor uns ist, sondern so nachspielen wie zum Beispiel in Freiburg sind wir halt einfach enttäuscht, dass wir uns einfach nicht belohnt haben und dass wir halt wie in den letzten Wochen so Tore kassieren, wo wir eigentlich nicht viel zulassen, wo wir über weite Strecken eigentlich ein ordentliches Spiel machen und das ist, was uns ärgert und es ist nie schön, ein Spiel zu verlieren, es macht mehr Spaß, Spiele zu gewinnen, aber wir sind jetzt nicht so dran, sondern gucken jetzt jede Woche auf die Tabelle und schauen, oh, was passiert da? Nee, ich finde, als Aufsteiger haben wir 32 Punkte geholt, spielen eine sehr ordentliche Saison, haben jetzt mit sechs Spielen, die nicht gewonnen haben, wie ihr das so schön sagen wollt, vielleicht jetzt lange keinen Dreier mehr geholt, aber haben jetzt wieder auch zwei Gegner vor der Brust, die halt auch direkte Konkurrenten sind und wo unser Anspruch auch ist, diese Spiele zu gewinnen und dafür müssen wir halt einfach hart arbeiten. Man muss die Ruhe bewahren, wir wissen, was wir nicht so gut gemacht haben, was wir aber gut gemacht haben und daran gilt es zu arbeiten und ja, nach dem Spielen ist die Stimmung eher in den letzten Wochen so gewesen, dass wir ein Stück weit enttäuscht waren über die Art und Weise, wie wir die Spiele verloren haben und ja, deswegen wollen wir alle dieses Gefühl vom Gewinn wieder haben und deswegen haben wir einen Gegner, wo es sehr, sehr schwer wird in Berlin, schon angesprochen, ein neuer Trainer in der Serie, eine Mannschaft, die sicherlich körperlich auch dagegen halten wird und das wird nicht leichter, aber das war die ganze Saison schon, das war die ganze Saison nicht leichter, es gab kein leichtes Spiel, wo wir sagen, ja, da geben wir einen Moment, da gewinnen wir, das gab es leider nicht oder das wird es in der Bundesliga wahrscheinlich auch nicht geben. Ich glaube, dass jede Saison sowieso ein Stück weit seine eigenen Geschichten schreibt und man kann das alles nicht vergleichen, ich finde, es wird ein Stück weit klar, wenn ihr sagt, sechs Spiele nicht gewonnen, finde ich es trotzdem, dass ein Stück weit zu viele negativen Sachen geschrieben werden, also wir sind Aufsteiger, wir haben, wenn ich Tabelle sehe, 32 Punkte und da stehen Mannschaften hinter uns, also wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, da hätte die alle gesagt, boah krass, Werder, super, 32 Punkte, 28 Spieltag, vor Hoffenheim, vor Augsburg, vor Bochum, vor Stuttgart, vor Schalke, vor Hertha, also da würde hier keiner sitzen und sagen, hm, als Aufsteiger finde ich jetzt nicht so gut, was er da gemacht hat. Magst du eigentlich Statistiken? Also meine Freiburg-Statistik mag ich sehr gerne, weil das scheint ja sich zu bewahrheiten, aber ansonsten bin ich keiner, der sich irgendwelche Statistiken anschaut, leider nicht, weil ich finde, ich habe schon oft gehört, da und das ist nie noch das passiert und dann am Ende ist es irgendwie doch passiert, deswegen nicht wirklich, ne. Aber ja, im Zuge von Freiburg passt das ganz gut, denn ich habe mal nachgeschaut, gegen keine andere Mannschaft außer der Hertha hast du so viele Vorlagen gegeben. Echt? Ja, super, dann nehme ich das mit, danke, weil gegen Freiburg habe ich da auch immer, vor Freiburg in der Woche habe ich auch immer ein sehr gutes Gefühl, weil ich weiß, deswegen danke dir dafür, das werde ich jetzt den Jungs sagen, damit sie sich auch beruhigen sollen, dass ich auf jeden Fall einen Aufleger am Wochenende, danke. Helfen wir gerne.